Da schießt er wieder von hinten. Er kann mir nicht ins Gesicht schießen, aber von hinten. Ich hab keine Muni. Oh Scheiße! Was? Jetzt geht's zu weit. Jetzt geht's zu weit. Scheiße! Nein! Der arme Dodo! Ich schieß den Grünen mit der Netsgun ab und dann wird der Lilana auf mich aggro. Äh, in der Theorie. So, Lilana, komm her. Oh Scheiße, der da hinten kommt auch. Du bleibst auch weg. Au! Mitkommen, mitkommen. Ah, du Scheiße, schnell! Ja. Jo! Okay! Äh, Abbruch. Was ist das? Das sieht tatsächlich eher gefährlich aus. Ah, Poison Gas! Hallo? Ne! Äh! What ThaFck! Ich konnte nicht mehr fliegen... Öhhhh... Ja! Der Reaper hatte wohl keinen Bock auf mich, ja? Toll und nichts mehr! Ähm... Wenn du ein Low Level wärst, wär' chillig! 36. Gehts noch lower? 20. Du bist mein. Kommst du mal mit. Ach, scheiße. Der andere ist jetzt auch aggressiv, ne? Komm, wir gehen zu mir nach Hause. Zumindest so ein bisschen in die Richtung. Ich zeig dir meine Base. Oh, scheiße. Alter, der ist ja fast tot. Kein Ernst. Nein, ich bin so blöd. Was mache ich denn? Oh mein Gott. Das hat keiner gesehen. Das hat niemand von euch gesehen und keiner von euch erzählt das irgendjemandem. Ah, 5000 Stunden by the way, ne? Ich kann dich verbannen, Julie. Was ist denn das jetzt? Hat es wehgetan? LOL, was? Hört's auf. Gegen Brian helfen Shotguns. Guck. Stimmt. Ja. Oh, hier ist meine Leiche. Das war Glück. Einfach drüber gestolpert. Das war eine Aktion. Oh, ne. Nein. Schon wieder? Nein, ich habe mich blootet mit Overweight. Ach, Mann. Ach, der dumme Penner. Der kämpft mich. Was ist denn das? Sehr wichtiger Tipp. Immer von hinten. Niemals. Also guck. Versuch immer nur auf einen zu gehen. Isolier die. Guck, dass du immer nur auf einen drauf gehst. Die anderen müssen weg. Und immer von hinten. Nie, dass er, nie Richtung seinen Kopf gehen. Ich bin intelligent. Was hat der für ein Level, Mann? Dass man nicht im Delfin sitzen kann, um zu sehen, was die Wyvern für ein Level haben, ne? Hast du eigentlich schon mal eine getamed jetzt? Was? Oh mein Gott. Nein! Mein Game ist gecrasht. Really jetzt? Bräuchte man doch schön... Ey, du Pimmel! Raus hier! Ey. Ey. Hier ist 30. Und hier ist... Hau ab! Oh, äh. Ein bisschen übertrieben, meinst du nicht? So läuft das, ey. Wenn ich die Bengel auf dem Moped sehe, dann komme ich gleich mit einer Pabgarn raus. Da! I can do it. I know it. I can do it. One shot. Fuck! Ah, 5000 Stunden, by the way, ne? Das ist echt der frustrierendste Part an dem Game. Wenn du... Wenn du abgefarmt wirst, während du noch nichts dagegen tun kannst. Wenn die Fights uneven sind. Dann nervt's. Ich hab keinen abgekriegt. Ist egal. Dann solltest du vielleicht mal an deiner Persönlichkeit arbeiten. Es geht weiter. Ich hab keinen abgekriegt. Die Lache von Kippie. Okay. Reckenball aller... Hitten, harten Arsch... Oh, sie überlebt's aber. Versuch mal mit deiner. Auf die Füße jetzt, oder was? Füße mal auf die Beine. Ja, moin. Was? Oh! Du Schwein! Scheiße. Kippie. Kippie. Kippie hat 200% Pump entdeckt. Sehr nice. Kippie, nice. Nice. Loll, what the hell? Hilfe! Oh mein Gott! Was war denn das? Ich seh nicht, ich seh nur noch Eddie. Der ist weg, der ist weg. Okay! Okay, wo bist du? Hilfe! Ich bin, ich bin zurück. Alles gut. Ich bin A, ein natürlicher Gamer. B, bin ich auch ein smarter Gamer. Das bedeut... Pfff. Entschuldigung. Er legt sich hin, kannst hinwürfen? Duck dich, duck dich, duck dich, duck dich! Alter, ich bin auf einmal... Was? Ich hab das falsch gedacht. Das war so ziemlich das Gegenteil von Anschleichen. Sieht es immer gleich aus? Ja. Guck mal, Julie. Ich wollte auf den Schwanz springen. Du gehst weg von meinem Schwanz. Nein, das ist lustig, wenn man da draufkommt. Nein. Ein Achievement. Ja, ich geb's ihm... Oh mein Gott! Oh, so süß! Oh mein Gott! Der hätte noch mehr Beine und Arme... Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott! Julie, Julie, lauf! Das wusste ich nicht! Okay, du verarschst. Der hat uns gescampt. Julie, flieg hoch, flieg hoch, flieg hoch. Ich fliege, ich fliege. Er hat uns gescampt, Julie. Der hat quasi dem Gremlin Wasser gegeben. Oh Mann! Du bist so ein Assi, ey. Ihr habt gar nichts gemacht! Was seid ihr? Iiii! Junge, der quetzter Schwein! Bah, der rammelt hinten rein! Diese... Oh, ich hab's genau gesehen! Mehrfach mit Anlauf! Hä? Ich such euch wie verrückt. Da! Bam! Und rein! Junge, rein, 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 rein! Kann ich helfen? Wie viel... Das tief ist mit... Ah! Fuck! Ich... Nein! Hahaha! Hahaha! Hahahaha! 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 Kannst du... Bitte... Kannst du's lassen? Hahahaha! Hahahaha! Laufen! Hahahaha! Ist nicht dein Ernst, oder? Du bist so ein Keck ohne Scheiß! Geil! Was war denn das jetzt? Wochenende! Ich will euch! Kaufen! Och Mensch, Kollege! Kaufen! Bop! 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 Bop!